Und jetzt, wenn wir deine Heimatadresse nehmen, dann schicken wir dir eine Kopie von dem... Ja, ich wohne in... Was ist dieser Mailing-Adresse? 4060. 4060. Vier sind V. Großes V. IE. IE. V. Nee, I. E. R. S. E. N. Vier sind Nummer eins. Vier sind Nummer eins. Ja, eins. Und Berliner Höhe. Berliner Höhe sind zwei Worten. Berliner Höhe. 36. 36. Oh, 36. Ja, ich merke, denke, das war... Ich dachte, ich musste jedes Mal mit oben gehen. Umdrehen. Ja, 36. Und, äh, was ist dein Beruf? Ja, äh, mein letzter Beruf war Geschäftsführer. Oh, äh, du bist jetzt in Pampere. Ja, klar. Und, äh, Geburtstag? 7. 4. 1921. April 1921. Ja. April 1921. Ja. Ein Jahr jünger, jünger wie ich. Ja, du bist 20. Ja. Ich bin 20. Ja. Äh, und, äh, wo? In Dürren. Dürren. D- R- U- R- E- N. Dürren Rheinland. R- L. Damals. Ja. Und, äh, das war noch Dürren Rheinland. Dürren, äh. Man, I can... That's good. Und, verheiratet die andere. Die Frau heißt wie Siegritt. 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 Ohne I- E. Mit I. Sie. S-I-G-R-I-T. Die Frau ist geboren am 16.02.1940. Oh, okay. Kinder? Ich staub am 17.02. Die ist am 17. und statt 16.17. Oh. Ja. Meine, meine Tochter ist am 16. geboren, aber am 16.17. Und, äh, habt ihr Kinder mit euch nicht zu Hause leben? Ja, ja. Zwei Kinder. Meine Tochter. Die ist 23. Und der Sohn ist, äh, 20. Die leben mit euch? Ja, meine Tochter ist zur Zeit auf den Riffe. Also, die... Also, die lebt nicht mehr so groß. Ja. Okay, das ist 28, oder? Ja. Ja. My handwriting looks like a pig, but... Ja. 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 Weil das sagt hier... Das ist mein Verstehen, ja. Das ist mein Verständnis und meine Zubilligung, dass mein Tonband Interview wird, vom Oklahoma Geschichtsvereinigung, Und dass ich gebrauchen werde die Diskretion auf dieser Organisation für historische, also für den schichtlichen Zweck. Ja. War das richtig? Ja. Ist das okay? Ja. Andererseits, wenn wir die Unterschrift nicht haben, dürfen wir das nicht benutzen. Ja, ja. Dann kommt jemand später und sagt, oh, ihr habt den dazu gezwungen. Ja, nein, nein. Sicher, ist klar. Okay, um, you want data burden all that ahead of time again, again. Ja. Okay, wir, it's, it's written down. Ja, but, see. Ja, let me see how I stop. Um, nun, ich sag das in Englisch bloß für den Anfang. Wir verstehen uns, dass dieses Gespräch freiwillig hier zustande kommt. Und, uh, the interviewer is, uh, Karl Togert. Und, uh, the interviewer, the subject is, uh, Mr. Merz, M-O-E-L-L-S, first name Hans. Today is the, uh, August 28th, 1987, at 3.40, in, uh, Moscovy, Oklahoma. So, jetzt fangen wir an und wir machen das in Deutsch, das kann schnell übersetzt werden. Ja, ja, ja. Du bist, um, in, um,iao turn des April 1921, in Dürren, Westdeutschland, geboren. Ja. Und heißt eine Frau zur Zeit, mit dem Vornamen Sigrid, geboren am 17. Februar 1940. Eine Tochter im Alter von 23 Jahren und ein Sohn im Alter von 20 Jahren. Nun, wenn du geboren warst, 1921, was waren deine Eltern? Mein Vater war Installationsmeister und war bei den Stadtwerken, die Stadteigen, die Versorgungsbetriebe. Meine Mutter war Schneiderin und Hausfrau. Und 1921, wir springen jetzt ein bisschen her, ich glaube, wir können sagen, wo du ungefähr 10 Jahre alt warst, hast du langsam gesehen, was um dich herum angeht. Wie war das zu der Zeit in Dirn? Sagen wir mal, fangen wir mal an, ungefähr um die Jahre 1930, 1932. Ja. Du meinst diese wirtschaftliche Situation? Ja, alles im Allgemeinen. Und zu Hause, die Verhältnisse, ich meine finanziell und wirtschaftlich und alles das. Ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin in einer Familie groß geworden, deren Vorgänger sehr national eingestellt waren. Mein Vater hatte den ersten Weltkrieg mitgemacht. Ich hoffe nicht, danke. Ich hoffe nicht, danke. Darf ich? Ja, bitte schön. Mein Vater hatte den ersten Weltkrieg mitgemacht und war Sozialdemokrat und Gewerkschaftler. Das hat ihn sehr geprägt, der erste Weltkrieg. Und das tat natürlich auch auf die Familie ab. Wir waren zu Hause mit drei Söhnen, mein ältester Bruder 1914 geboren, ich 21, mein jüngster, 1923. Ich erinnere mich noch, als Kinder, wenn der Schulwechsel war, du erinnerst dich ja noch zu Ostern, da wurde dann immer gefragt, bei dir wird es ähnlich gewesen sein, wessen Vater ist arbeitslos. Und da kann ich mich erinnern, dann gingen viele Hände in der Klasse hoch, denn das hatte den Zweck, die Kinder von Arbeitslosen bekamen die Bücher von der Schule nicht geschenkt, geliehen, weil die Eltern nicht das Geld hatten, Schulbücher zu kaufen oder so war das damals. Und weil das nur wenige waren, deren Eltern ein festes Einkommen hatten, zu denen mein Vater auch gehörte, habe ich das früh gemerkt, dass da eine Differenz war oder dass die Verhältnisse, ich kam ja auch zu meinen Freunden in den Haushalt hinein und bin mit denen, vielleicht erinnerst du dir auch noch, abends schon mal weggefahren, an den Weges rein und Futter zu schneiden für die Kaninchen, die hatten, um den Speisezettel aufzubessern, meistens im Hof, irgendwo, in ein paar Ställe, da wohnen die Kaninchen für besondere Dinge gezüchtet, das sind so die Erinnerungen, dass ich gesehen habe, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse sehr schlecht waren, und politisch kann ich mich erinnern, dass Umzüge da waren, wo meinetwegen die Kommunisten schrien, was haben wir Hunger, was wollen wir Arbeiten und Brot, obwohl manchmal auch angebissene Brötchen irgendwo an der Ecke liegen. Ich habe als Kind gesehen, das war also so ernst nicht, es gab Parolen, da war nicht so viel Wahrheitsgehalt hinter, aber die Leute taten zumindest, wenn auch keiner persönliche Hunger hatte, da ja auch Möglichkeiten waren, über Vereinsküchen, öffentliche Speisungen oder karitative Organisationen etwas zu essen zu bekommen. Und es war auch die Zeit, wo gebettelt wurde, wo Arbeitslose in die Läden gingen und sagten, guten Tag, ich habe Hunger, haben Sie ein Stückchen Wurst, das gab es, das war um die 1931er Jahre, in der schlechten Arbeitslosenzeit. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, jetzt wird es wieder so wach wie das. Ja, dieses Interview ist nicht eine Fragestellung und Antwort kannst du dich, es ist eine, jene erzählt sein, erzählt sein, eine eigene Lebensgeschichte. Und da kann man sich ein Bild machen, wie die Leute gefühlt haben und warum. Ja, ja, die wird bei dem Herrn von Weizsäcker anders sein, wie bei dir und bei mir. Ja, natürlich. Ja, mit Sicherheit keine Kaninchen gehabt. Wir haben Kaninchen gehabt. Ja, 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 so, okay, und dann, die Kommunisten sind mit Straßen marschiert und dann kamen die SA, glaube ich, die Kronendruppe, ja, haben dasselbe gemacht. Ja, die schrien auch, nur die waren, die Kommunisten waren ja auch schon militant mit den Händen und den, genannt haben wir als Schulterriemen. Ja. Ja, und die, dann waren die mal, waren Uniformen durch Hindenburg verboten worden. Ich habe sehr früh angefangen, Zeitungen zu lesen und weiß, das ist auch eine Erinnerung, dass ich oft lesen musste in Süddeutschland oder in Mitteldeutschland, in Leipzig oder Dresden, da war ein Aufmarsch gewesen, eine Demonstration und dann hatten wir aufeinander geschlagen und geschossen und das haben wir im Nachkriegsdeutschland, ja Gott sei Dank, nicht nicht gehabt, zumindest das nicht. Und dann, wenn Hitler an die Macht kam, 1933, was hat sich dann entwickelt? Ja, ich erinnere mich sehr genau, als der 30. Januar war, das muss an einem Wochenende gewesen sein und um die Ecke rum in dem Häuserblock, in dem ich wohnte, war eine Zeitung, die Dürener Zeitung und bei besonderen Anlässen wurde dann da in einem Kasten die Sondermeldung rausgehangen und da hieß es, Hitler ist Reichskanzler und da gab es welche, die haben sich gefreut, andere waren geschockt und einige waren irgendwie uninteressiert und ich hatte noch im Ur, es gab auch Transparente vor 1933 und da stand drauf, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Daran erinnere ich mich noch, wer Hitler wählt, wählt den Krieg und ich weiß von Diskussionen, die mein Vater mit anderen hatte, dass da diskutiert wurde, kann das sein, der war doch selber Soldatenempfandler bei der Infanterie, der hat das nicht gesagt. Für ihn, nach dem ganzen militärischen Gehabe, war er irgendwie skeptisch, sehr skeptisch eingestellt, niemand hat ihn geahnt, dass das so etwas wurde. Aber viele meinten Hitler, die Parole stimmt nicht, Hitler wählt den Krieg, weil er selber Infanterist war und verwundet war und ja dieses Grauen mitgemacht hat, diese Schweinereien und wo Millionen Menschen da richtig verheizt wurden, abgestrahlt wurden und da im Wolf gehellt wurden. So und jetzt kam hinterher, wie ich mich erinnere, das ist manchmal schwierig, ich mache das Interview und ich war da, ich weiß es, aber jeder hat eine andere Einstellung. Dann wurde die Arbeitslosigkeit gewandt, er hat die Leute zu hören. Ja, das war, habe ich auch noch, ich war dann elf Jahre, 33 war ich zwölf Jahre, in dem Jahr, als Hitler an die Macht kam. Ich gehöre ja mit zu der Generation, die man für vieles verantwortlich hat, denn wir sind heute fast 70 Jahre alt und wir haben beispielsweise in dem sogenannten Dritten Reich nie wählen dürfen oder können, weil wir einfach nicht so alt waren und als wir alt genug waren, dann waren wir Soldaten. Da war keine Wahl. Ja, wir haben nie einen Einfluss darauf gehabt, das nur mal, um das klarzustellen, wie weit die Einflussmöglichkeiten und bei welchen Jahrgängen das gelegen hat. Das ist sehr interessant, ich möchte das in diesem Interview besonders ausdrücken. Die Generation, die heute verantwortlich gehalten wird, hatte kein Wort in der Wahl. Die waren zu jung und hatten keinen Einfluss auf die politische Entwicklung. Ja, das ist, was ich hier dran haben möchte. Ja, das ist sehr gut. Ja, und die erste Zeit bei Hitler, wir hatten vorher auch die Arbeitslose, verhältnismäßig miese Zeiten, die Leute waren schlecht gekleidet und auf einmal war denn Arbeit da. Ja, worüber sich damals unterhalten wurde, war, dass es ein Unrecht war, diese sogenannten alten Kämpfer nun mit Vorrang unterzubringen. Ja. Darüber gab es einiges böse Blut, die wurden dann auch in Staatsbetrieben, schneller gefördert. Also da sah man, das war nicht so korrekt. Und du kennst das alte deutsche Sprichwort, an der Quelle saß der Knabe, Blumen wandte sich zum Kranz. Diejenigen, die das aus dieser Perspektive sahen, sagten, naja, hätten die anderen wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Aber dann wurde es zunächst besser, die Arbeitslosenzahl wurde abgemindert, später kamen Bauprojekte dazu, der Westwald. Ja. Ich wohne ja da in der Nähe, im Rheinland, wo unmittelbar dahinter diese Betonblocks da, diese Bunker, so nannte man gut ja, die Höckerlinien und so weiter gebaut wurden. Und damit verschwanden einige Arbeitslose. Dann wurde der freiwillige Arbeitsdienst ausgedehnt, die Arbeitslosen, die ja vorher von der evangelischen Kirche meist betreut wurden, FAD hießen und als das noch obligatorisch wurde, hießen die ja RAD, Reisarbeitsdienst. Vorher freiwillige Arbeitsdienst und dann Reisarbeitsdienst. Das war wieder eine Portion. Und die Nazis haben damals Geld gedruckt. Ich habe das als Kind nicht begriffen und viele Erwachsene wahrscheinlich auch nicht. Ja, und dann war etwas mehr Geld da. Die Betriebe wurden dann organisiert. Es gab keine Unions, keine Gewerkschaften mehr. Der Chef des Betriebes, der hatte seine Gefolgschaft. Das wurde also patriarchalisch damals gemacht und es hat doch keiner mehr was zu sagen. Und die Demokratie wurde Zug und Zug abgebaut. Die Gewerkschaften wurden verboten. Und ich erinnere mich, dass in meiner Heimatstadt ein Freund meines Vaters auf das Dach des Gewerkschaftshauses geklettert war und wollte die Fahne mit dem Hakenkreuz runterholen. Und das haben unten welche gesehen. Der hat da einen Bauchschuss bekommen. Der ist aber nicht daran gestorben. Der hat einen Bauchdeckenschuss bekommen. Damals war man noch so fanatisch. Heute wurde wahrscheinlich in Deutschland niemand mehr wie in einem Stück Tuch auf dem Dach klettern und sich da die Gefahr aussetzen, dass er da runtergeholt wird mit einem Blattschuss. Und das war in deiner Heimatstadt? In meiner Heimatstadt ist das passiert. In Hüren die Straße hieß Eisenbahnstraße. Ja, Eisenbahnstraße zu der Zeit. Ich weiß noch, unmittelbar am Bahnhof waren Gebäude, da war das Gewerkschaftshaus drin. Ich bin oft wie meines Vaters da gewesen, weil der auch da Funktionär war. Der hatte schon mal irgendetwas, ich musste schon mal etwas für ihn abholen. Und die Freien, die sozialistischen Gewerkschaften, nicht die Kommunisten, die hatten damals, vielleicht erinnerst du dich auch daran, drei Pfeile. Das war die eiserne Front. Ja. Die eiserne Front. Die hatten drei Pfeile, weil die auch wahrscheinlich etwas militant wurden, den sogenannten Reißbanner. So auch die Organisation, die bei der SPD dann den Saalschutz übernahm. Denn die SA war, glaube ich, auch ursprünglich, nee, das war Sturmabteilung. Aber die haben sich auch aus dem Saalschutz, um Redner zu schützen, haben die sich irgendwie entwickelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, nun, alles ging im Größen und Ganzen aufwärts und gut in Deutschland zu der Zeit. Ja. Es war zu erkennen, da gab es auch besondere Flops, würde man sagen, die KDF, die Kraft durch Freude. Und das hat, glaube ich, auch im Ausland irgendwie Aufsehen erregt, dass da Schiffe gebaut wurden, die, wo dann die Deutschen, in der deutschen Arbeitsfront organisiert, in diesem Einheitsgebilde, dann ins Ausland fahren konnten. Da sind nur ein paar eingekommen, aber nach Norwegen, Madeira und so weiter. Das machte auch einen großen Eindruck. Nun, um die Jugend zu interessieren. Ja. Hitler hat diese ganzen Organisationen, das Jungvolk und die HJ und alles da organisiert. Ja, ja. Na, du brauchst zu jeder Zeit irgendetwas, wo du nicht überreden wirst. Ja, ja, das ist aus. No command. Ja. Bist du dann in die Hitlerjugend gegangen oder in irgendeine? Es war so, ich war als Kind 1931 mit meinem Bruder zusammen, der zwei Jahre jünger ist als ich, in den Roten Falken. Das war die Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei. Und das war mit welchem Alter? Äh, wir waren damals, ja, ich war zehn Jahre alt, 1931. Oh ja. Ich erinnere mich noch, ich glaube, wie hießen sie? Ja, die Nestlinge bei den Falken. Mhm. Da waren die noch im Nest. Das war die Sozialdemokratische Jugendorganisation. Die Jugendorganisation, ja. Das hat aber für uns Kinder keinen erkennbar politischen Charakter. Nein. Wir kamen da zusammen und wie das so üblich war, haben Lieder gesungen. Wie wir hier in Amerika haben, die Boy Scouts. Boy Scouts, ja, so ähnlich war das auch, ja. Und dann? Achso, mit der Hitlerjugend. Ja. Und ich bin dann 1935 aus der Schule gekommen und irgendwie wurde dann, also zunächst wurden ja die Roten Falken verboten. Und irgendwie war es denn so, dass die anderen aus diesen St. Giers Pfadfindern und Reis Pfadfindern, die wurden dann alle überführt und meine Freunde, die waren dann da drin und die sagten, es ist schön, wir haben nach einem Abend und wir fahren irgendwo hin und uns als Jungen, so wie wir damals erzogen waren, war das dann schön, wenn man irgendwo im Zelt war und da brannten Feuer und da wurden wieder gesungen. Ich meine auch. Ja. Und dann haben die diese, wie ich mich erinnere, diese Organisationen, Pfadfindern und alles das geschlossen worden gegeben. Oder in die Hitlerjugend übernommen. Und nun war eine gewisse Animosität damals vorhanden gegenüber der Hitlerjugend. Aber nachdem so viele Freunde da drin waren und wir in der Schule immer wieder gefragt wurden, wer ist in der Hitlerjugend, bin ich eines Tages mit meinem Bruder dann auch in diese Hitlerjugend reingekommen und er kam ins Jungenvolk. Aber das hat bei mir nur so lange gedauert, wie ich in der Schule war. Ich kam dann 1935 aus der Schule und wir mussten damals, ich habe das Dreh gelernt, vier Jahre, und da mussten wir jeden Tag acht Stunden arbeiten und dann auch den Betrieb sauber machen. Da hatte ich abends keine Lust dahin zu gehen. Naja, ich kann mich erinnern, dass in der Schule, in meiner eigenen Zeit, und ich glaube es war bei euch dann dasselbe, dass die, die nicht in der Hitlerjugend waren, die waren zweiter Klasse, die anderen wollten nichts mit ihnen zu gehen. Ja, es kam ganz oft den Lehrer an. Viele Lehrer hatten sich angepasst und besuchten nun da keine Schwierigkeiten zu bekommen. Aber es war schon so, das macht bei mir auch eine Rolle irgendwie mitgespielt haben, dass mein Vater da das hat so gewähren lassen. Ich hätte mit Sicherheit keine Ausbildungsstelle oder hätte Schwierigkeiten, hätte Ausbildung bekommen, wenn es geheißen hätte, ist der eine Jungen. Nein, mein Vater musste bedenken, er war im öffentlichen Dienst. Da hätte man gesagt, und ihr Vater, oder der ist im öffentlichen Dienst. Und das ist mir später klar geworden. Das raffinierte Bedienung war ja, das war ja eine einmalige Spitzelei mit dem Winterhilfswagen. Ja. Das war vom Motiv her so gut. Den armen Leutenhelfen, derjenige, der was zu viel hat, dann wurde einmal im Monat gesammelt. Jeder hatte da eine Liste, der Blockwalter. Und dann ging der von A bis Z ging der durch. Und jeder hat dann irgendetwas gespendet. Der nichts gespendet hatte, gab nichts. Es war also anti. Ja. Und derjenige, der einigermaßen Einkommen hatte und spendete, war die Fundspende. Und spendete nur einen Fund Salz für vier Pfennigen. Der kam bestimmt auch auf der Liste. Das ist ein später klar geworden. Damals hat der Kinder darüber nachgedacht. Ja. Und derjenige, der generös spendete, da sagte man, da erscheint ja einer von uns zu sein. Äh, nun, der war, wann war die, ich glaube das war 1935, ich glaube 1936, das größte Treffen in Nürnberg. Kannst du dich erinnern? Ja, der Reichsparteitag. Reichsparteitag in Nürnberg. Das war, glaube ich, das wäre in jedem Jahr gewesen. Ja, aber einmal war der, der größte, die größte Zusammenkunft. Und ich war da, äh, als Hitlerjunge. Ich weiß bloß nicht, ob das 1935 oder 1936 war. Wir haben in jedem Jahr einen großen Parteitag. Ja. Bist du auf einem von denen abgewichen? Nein, nein. Ich wäre beinahme im Arbeitsdienst gekommen. Ich bin ausgebildet worden im Sommer 1939, im Arbeitsdienst. Und dann die Parade macht schon. Diese Spatengriffe, das kennst du ja auch. Ja. Die wurden dann geübt. Aber, das, dann kam dann im September der Kriege und da hat es ja keinen Reichsparteitag gegeben. Aha. Und, äh. Nie da gewesen. Wo der, äh, ich war da, ich glaube 1935, das war sehr, sehr groß, das war der größte, den wir immer hatten, ne? Genau. Wie die das organisatorisch da haben, ne, gestanden. Und heute kennt man was davon, äh, essen, trinken, aber die Toiletten. Das war alles. Das war alles. Das war alles. Hunderttausende von Menschen, wo machen die was hin? Mhm. Und du weißt ja, da unten in Süddeutschland, da gab's viel Bier, viele Fuhren dahin. Von den Erwachsenen, die protzten dann damit, wie viel Bier die da gesopfen. Ja, da kam von Partei, die haben wirklich mitbekommen. So, wenn der Krieg anfängt, warst du dann noch im Arbeitsdienst? Ja. Ich bin am 1. April, äh, ich hatte meine Berufsausbildung beendet und ich wollte ganz schraub sein. Und hab gedacht, wenn du dich jetzt freiwillig meldest, meldest, dann bist du, äh, gerade über 20, fast 21 Jahre und, äh, dann hast du das alles hinter mich gebracht. Und dann kannst du dich, ich wollte aus meinem Betrieb rauskommen, wir waren nicht so klein, ich wäre gerne in größeren Betriebe gekommen, aber man kam ohnehin gar nicht raus. Nein. Man konnte nicht den freien Arbeitsplatz wechseln. Nein. Wie vieler ist das heute nicht selbstverständlich. Aber wenn man erlebt hat, wie man mit dem Betrieb nicht weiterkommen kann, mit dem anderen kommt man weiter, man muss aber nicht nehmen haben, dann erkennt man jetzt den Wert, diese Arbeitsfreizügigkeit. Was war deine Meinung, wenn, äh, wir nach Polen einmarschiert sind? In Frank, äh, in Polen, wenn der Krieg anfängt? Ja, äh, da kam das wieder zur Geltung, wer Hitler wählt, wählt den Krieg und das tut er nicht, er war ja selber bei der Infanterie. Ich weiß, viele Leute haben Angst gehabt, viele Leute hatten Angst. Und auch schon aus dem Sudetenland, mein Bruder ist ja in 1914, er war Soldat von 36 bis 38 und er sollte entlassen werden und da kam das mit dem Sudetenland, wie meine Mutter damals gezittert hat, dass da irgendetwas passiert und ihr Sohn war nun, äh, dabei, war nun Soldat. Ja, ja. Also viele haben Angst gehabt und, äh, haben gedacht, das, das geht nicht gut. Im Anfang. Und dann, äh, wann bist du in, in die Amerika? Ich bin Soldat geworden am 26. August, da war, glaub ich, die Heimermobilmackung, 1939. 39 August. Oh, okay. Und wir behielten zunächst, die Arbeitsdienstuniform waren, aber deutsche Wehrmacht. Mhm. Und wir hatten dann auch so eine Armbinde und dann nachher bin ich zum, äh, zur Infanterie gekommen, zum Infanterieregiment 39 nach Düsseldorf. Auch wieder eine kleine Haus. Und da war die Rekrutenseite in Düsseldorf denn? Äh, zunächst in Düsseldorf und dann kamen wir... Und dann, nachdem wir da ein paar Wochen Ausbildung hatten, wir waren ja schon im Arbeitsdienst. Ja, das ist militärisch. Dann kamen wir nach Polen, beziehungsweise in den polnischen Korridor nach Konitz. Nach Konitz, das ist... Im polnischen Korridor? Im polnischen Korridor, das ist ja... War das, wo der Krieg anfing? Wenn, wenn... Nein, nein, nein. Da war der Krieg schon vorbei, das... Krieg mit Polen war zu Ende. Ja, ich sprue da auch zu... Ich bin im polnischen Korridor einmarschiert, in Polen, ja. Du bist nur ein, du bist nur ein Jahr älter und warst davon dabei. Ja. Ja, nein, äh, mit mir war es etwas anders. Ich war feierlich zur Kavarie gegangen. Ich war ein... Ich habe internationale Tourneere geritten als junger Mann. Springen. Ja. Und ich wollte die Kavarie. Besser aus. Das ist doch wahrscheinlich so eine Liebe. Liebe der Pferde. Und ich... Meine... Meine... Wie sagt man... Ich habe meine Zukunft mir so ausgedacht. Ich gehe zur Kavarie und arbeite mich auf, um auf die Kavalierschule in Hannover zu kommen. Ja. Bekomme Offizier. Und dann reite internationale Tourneere für Deutschland. Äh... So wie da auch bei Hendricks. Aber natürlich... Ja, aber natürlich... Ja. Der Krieg kam dazwischen und das war das. Ich war eine Kavarie. Ja, ja. Äh... Und ich... Ich wollte dir... Äh... In den alten polnischen Kasernen hinein. Und da kam der strenge Winter. Ja. Oh ja. Es war ja ein... Sau kalt. Ist der Rhein zugefroren. Der Kanz hatte nicht mehr, weil so viel Chemikalien drin sind. Da war ich die Zeit in... Äh... In Polen. Aber da war der... Polen-Felzug schon vorbei. Oh. Okay. Dann war ich bis zum... Äh... Januar. Da und dann haben wir diese Fahrt oben von Polen. Also über diese vereisten Flüsse gemacht. Da war es ja saukalt. Da bin ich zum Westwald gekommen. Zu meinem Regiment. Zum Infanterieregiment 39. Und die lagen damals an der luxemburgischen Grenze. Bei Eschternacher Brück. Hier hinüber lag Eschternach hell erleuchtet. Und das war auch vor die Invasion in Frankreich. Ja. Vor dem Westwald so. Mhm. Und dann sind wir ins Saargebiet gekommen. Und von da an das habe ich... Im Saargebiet war ich, äh... Bevor wir Frankreich angegriffen haben. Ja. Auf der Spichere Höhe haben wir Frankreich angegriffen. Ja. 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 Wir sind dann auch nach Frankreich eingestoßen und als der Feldzug zu Ende war, waren wir... Seid ihr dann, äh, als Kampftrupp... Ja, 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 sicher. Ja, ja, sicher. Wir hatten in unserer Kompanie, äh, die kriegsmäßig so 180 Mann. 250 Mann, glaub ich, soll stärker und ist stärker, waren vielleicht so 200 Mann. Da hatten wir, ich glaube, etwa 30 Tote und viele Verwundete. Es war unwahrscheinlich hoch. In der Kompanie? In der Kompanie. Ja. Ja, das war unwahrscheinlich hoch. Ja. Und als der Frankreich-Feldzug zu Ende war, da waren wir in der Nähe von Valé-Duc, da am Argonnerwald, der im ersten Weltkrieg eine Rolle gespielt hat. Doch, wir hatten damals sehr schwerer Verluste, ja. Und dann nach, äh, nach dem Frankreich-Feldzug seid ihr dann wahrscheinlich drei Wochen Urlaub oder so? Ja, das haben wir dann nachher, aber das ging so klickerweise. Wir sind zunächst hochmarkiert bis zur Küste, dann habe ich eine Zeit lang im Raum von Abbeville, Amiens und Boulogne gelegen. Und Hitler hatte ja damals vor, England auf dem Wasserweg anzugreifen und da wurde die Operation, ich hab das nachher gelesen, Seelöwe gestartet. Da haben wir aus dem Hafen von Boulogne mit Altem Rhein gehen und so haben wir dann Invasion geprobt und sind dann da raus gefahren. Ähm, naja, die Stimmung war damals so, der Polen-Feldzug, der war gewonnen, der Frankreich-Feldzug war kurz gewonnen. Da spielten viele mit der Illusion, wenn wir da rüber gehen, dann haben wir Schluss in Europa, da haben sie ja keinen Krieg mehr gegeben. Und den gewinnen wahrscheinlich auch. Ich weiß nur, ich hab selber mal gemerkt, wir sind mal, ich glaube über 10 Kilometer in den Kanal raus gefahren mit so einem Convert, da bekamen wir Windstarken an. Da hab ich gekotzt, also so schnell ist es mein Leben noch nicht gewesen. Und das hab ich auch noch nie erlebt. Ich hab mich immer, wenn's drauf ankam, hab ich mich immer meines Lebens gewährt. Aber da wär ich froh gewesen, wenn ich über Bord gefahren wär und wär abgesunken. Aha. So malade war ich da. Also keine Wiener Stanzgrafnist. Ja. Und dann, was hat sich dann ergeben? Wo seid ihr hingekommen oder was? Äh, wir sind dann da geblieben bis zum Mai 1914 und eine Stars wurden verladen und landeten dann in Lötzen in Ostpreußen. Mai 1940. Äh, Mai 1941. Äh, Mai 1941. Ja, ja. Mai 1941 war der Frankreich alt so. Ich erinnere mich noch, als wir in Pommern in, da gibt's doch so ein Meridian in Pommern, so eine Mittagslinie so ähnlich wie in Greenwich in England. Wer ist das noch? Naja, ich komm nicht mehr drauf. Ich kann auch nicht mehr drauf. Also so einen ganz besonderen biografischen Punkt. Als wir da waren, ich hab mich morgens irgendwo gewaschen, so schnell vom Güterwagen runter und da kam ein Eisenbahner. Äh, sag ich, was gibt's noches? Sagt er, der Rudolf S. ist geflogen. Der ist nach Frank, äh, nach England ist er geflogen. Ja. Und als ich in den Laden reinkam, sag ich, Kumpel, das wisst ihrs Neueste? Er sagt, er hätte das brauche, der Eisenbahner. Der Rudolf S. ist geflogen, der ist nach England geflogen. Und da hatten wir bei uns einen Mann, der war so ein guter Kumpel, aber ein alter Nazi. Und der hatte auch, der war schon SA-Mann, 1925 oder 27, war also ein ganz alter NS-Anjurier. Und die Nazis hatten den als Wärter im Gefängnis oder irgendwie, der war auf jeden Fall Beamter geworden. Und da spielte er mit der Arbeitslosigkeit im Nacken, spielt das eine Rolle. Der war eines Tages mal Beamter. Ja. Wir waren nun auch eingezogen. Da sprang der aus der Ecke raus und wollte mir einen Kragen, ne? Und da hab ich den auch gebracht, sagt er, wenn du, wir waren während des Frankreichs Feldsohers, in schwierigen Situationen zusammen gewesen, wenn du nicht so ein guter Kumpel wärst und ich dich da kennengelernt hätte. Da würde ich dich jetzt hier am Waren rausschmeißen und so weiter. Und das hat der nicht geglaubt, der hat dich da nicht provozieren. Ja, und dann abends haben wir irgendwo gehalten. Da war der Appell, ne? Wo der Ditarus, der Ditarus-Befehl oder irgendetwas vorgelesen wurde. Da wurde das Essen eingeteilt, so und so viel. Die ihm das empfangen und der zog über den Filerschutz, wie so die Abwicklung war. Und da las der Spieß, der las das denn vor. Der Stellvertreter des Führers, weiß ich, ist im Anfallgeist, die Unwachtung, nach England geflogen. Da guckte der mich an. Ich hab mit dem Kopf in die Gnade sich nach Erden mir entschuldet. Der ist später in Russland, der Seefrau. Aber das war dem wie eine Gotteslästerung, dass der Hess da hingeflogen war. Joel, kann ich dich fragen, und cut it off for a second? I wanna go out here. Ich muss schnell... So, wo waren wir? Wir waren nun nach dem Frankreich-Feldzug... Ja, aus Freusten. Ja, wir haben nach heute über Hess geschwommen. Und ihr seid dann wohin gekommen? Nach wie so ausgeladenen Lötzen, in Ostpreußen. Ja. Da war diese Seenplatte. War ein wunderschönes Gebiet. Ich hab's noch in Erinnerung, dass da, sag ich, die ersten Storche in Hestland, in diesen kleinen Dorfern und überall diese kleinen Seen, war eine herrliche Zeit. So, die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Und dann... Ja, das war ja an der russischen Grenze. Wir waren da oben und da kursierte das Geräusch. Das ist vielleicht interessant, das mal festzuhalten. Wir hätten mit den Russen einen Vertrag gemacht. Bis zuletzt hat der Russen noch Getreide und alles Mögliche. Mit denen einen Vertrag gemacht. Wir könnten durchmarschieren. Weiß ich, vorhin nach Indien, nach Baku, der Ölquellen. Und wo da die Rede von war, um den Engländer in die Zange zu nehmen. Viele haben das geglaubt, die so ein bisschen geografische Vorstellung hatten. Und als es dann anfing, ich glaube, das war am Samstag, am Sonntagmorgen, am 21. Juli. Ja. Das war 1941. 1941. 1941, ne? Da war dann der Angriff auf Russland. Wir sind... Wir haben dann... Wir haben uns an die... Das Ding nennt man den Suwalki-Zitfel. Ja. Das war so ein... Ich glaube, da ging's nach Litauen rein, früher. Mhm. War ja auch von den Russen kassiert. Und bis zum Schluss wussten wir nichts. Und dann sind wir am Samstagabend, bezeichnenderweise, und das war also ein schlechtes Omen. An so einer Friedhofsmauer angetreten. Und dann las dann der Kompaniechef vor, an die Soldaten der Ostfront. Ja. Ja. Habe ich ja da verdammte Mist. Ja. War ja nun klar Ostfront. Oh yeah. Waren ja wir. Ja. Und dann sind wir dann in eine Stellung eingerückt, in Bach, Lauf rein und da waren die Felder und dann haben wir uns da so in Stellung gesetzt. Es wurde kalt und kält und dann kam Bescheid. Um 3 Uhr morgens, da war Artillerienvorbereitung, um 10 Minuten. Und wir waren ja Infanterien, da mussten wir angreifen. Und bei der Infanterie, da waren in jedem Bataillon, war eine schwere Kompanie. Die wurde, wenn Angriff wurde, die dann auf die Einzelkompanie verteilt. Schwere Maschinengewehre, schwere Granatwerfer und so. Da habe ich ein droniges Erlebnis. Wir hatten dann einen Karren, einen Esel. Der hatte einen Karren, da waren glaube ich Bodenplatten von Granatwerfer drauf. Und jetzt hatten wir auch Löcher da gebuddelt. Und als nun die Allerievorbereitung war, da war der Esel sowieso unruhig durch das Feuer. Und der riss dann da rum, als wir nun angriffen um 3.10 Uhr. Und fiel dann in so ein Panzerdeckungsloch rein. Und kam dann nicht raus. Und du weißt ja wie das war, da musste man bei sein. Du hattest ja, wenn du angriffst, mehr Chancen zu überleben. Wie wenn du liegen blieb, da kam es dann an der Wand. Das muss man auch mal sagen. Weil es ja viele vielleicht gar nicht so verstanden haben später. Und der Esel, da kam dann einer, war ein Bauernjunge, auf die Idee, um den Esel aus dem Loch zu kriegen. Da waren welche. Die haben den in den Korben gestoßen. Aber die hingen ja in der Schere drin und konnten da nicht raus. Da kam ein Schlauer auf die Idee und machte mit dem Feuerzeug ein bisschen alles an und schließt das Ding da unter den Bauch. Und der Esel, der riss sich dann los und zerbrach das dann, wo er fest war. Also blieb der Karren zurück. Den haben wir schieben müssen. Und das war wahrscheinlich der erste Deserteur. Der Dödschen war weg. Und da war wahrscheinlich der Schlauße. Der Esel war ab, der verschwand irgendwo. Und weiter fern über der Ecke im Bauch. Der Esel war weg. Moins um drei Uhr zehn, am 21. Juli. Ich hab dann gedacht, wie in dem Loch lag, verdammt noch mal. Jetzt liegen deine Eltern zu Hause und schlafen. Dann wurden wir auch noch zu Hause. Wenn die morgen früh im Radio hören, weil jeder Zirkus los ist. Ja. Da wird meine Mutter wieder rotzen lassen. So. Und dann, wie weit seid ihr, bis ihr nach Hause dann reingekommen? Ja, ich bin dann im Mittelabschnitt gewesen. Das war, oh, wie hieß die noch? In Richtung Vitebsk war das. Und ich hab noch in Erinnerung am, ja, am 21. Juni. Am 17, am 21. Juni war das. Und am 17. Juli, da ist, da hab ich mich eben falsch ausgedrückt. Das war nicht korrekt. Ich rief ihn am 20. Juli an. Und am 17. Juli fiel schon irgendwie eine größere Stadt. Ich bin dann später verwundet worden. Ich habe ein paar Splitter ins Bellen bekommen und eine Verletzung an der Hand. Und wollte zuerst gar nicht zurück. Also nicht, weil ich so tapfer war. Aber ich wusste, wie schlecht das war. Ja. Wir haben mal Gefangene gemacht. Da waren 400 Russen. Und wir bekamen dann den Auftrag mit drei anderen, die zurückzubringen. Wir hatten keine Verpflegung, überhaupt nichts. Und haben uns dann mit so einer Gruppe da irgendetwas besorgt. Die haben Hühner geschlachtet. Und da sag ich zum ersten Mal, die machen die Hühner da, haben sie sauber. Und dann spülten die gut aus und dann wurden die klein. Und ich habe so einige grausame Dinge gesehen. Dass mir das alles besonders sympathisch war, kann ich nicht sagen. Aber als sie dann abends so zusammensaßen. Wir hatten keine Belästigungen durch Flieh oder sonst was. Wir hatten die Russen vom Himmel geholt. Und die ersten Damen. Und ihren Rathaus und allem. Und die sangen, saßen dann da an so einem großen Holzstoß zusammen und sangen. Und die haben ja wunderbare Lüder. Das hatte ich dann so, auch so als Erinnerung, so mit einigem Versöhnung. Du weißt nicht mehr, welche Division das war. Doch, meine. Die 26. Infanterie-Division. Und wer war der Kommandant? Ich weiß nicht. Ich glaube, unser, also in Frankreich fällt so. Unser Regimentskommandeur war der Oberst von Viehbahn. Und er müsste es eigentlich auch noch am Anfang gewesen sein. Aber wer da oben war der. Ja. Und dann bist du dann nach Deutschland ins Krankenhaus gekommen? Ja. Ich wurde, kam ins Lazarett und war dann irgendwo im Schwarzwald im Lazarett und kam dann zum Ersatztruppenteil. So hieß das ja. Ja, das war wieder in Düsseldorf. Zu diesen Reservekompanien, die da aufgestellt wurden. Und an einem Tag kam irgendjemand, den Major, der hielt einen Vortrag. Er suchte Truppen für Afrika. Und das sollten Freiwillige sein. Man musste einen Feldzug mitgemacht haben und nicht bestraft sein. Das war ja sehr schwierig. Denn so ein paar Tage erreicht hatte man ja schnell eingefangen. Und ich hab mich auf jeden Fall mit einem Freund gemeldet. Und das hat mir auch nicht leicht getan. Wir sind dann über Landau in der V zum Ersatztruppenteil gekommen. Und ich war dann im Juli 1942, sind wir dann nach Athen runtergefahren und wurde dann vom Flugplatz Athen zum Flugplatz nach Kreta und von Kreta nach Dortmund geflohen. Aber das war dann eine andere Einheit, war es nicht? Ja, ja, ja. Das war das Afrikakor, das war das Panzergranadierregiment 115, wo ich dann bei war, die 15. Panzerdivision. Ich hab viele Dinge vergessen, aber so die großen... Und dann seid ihr nach Kreta gekommen? Nein, wir sind da so als Ersatztruppenteil rübergekommen und dann hätten verteilt worden. Ja, in Afrika. In Afrika, ja. Und da waren wir schon in der El Alamein-Stellung und da hab ich dann diesen El Alamein und den Rückzug mitgemacht. War dann da oben. Also die Offensive, die... Und dann kam wahrscheinlich die Gefangenschaft dann? Ja, wir sind dann runtergegangen nach... Also der Rückzug ging dann mit einigen Etappen, dann waren wir hier und da und haben dann... Schlecht war es, wenn man bei den Letzten war. Wir bekamen den Auftrag, damit die Armee sich zurückziehen konnte. Pioniere haben dann vermint. Wir mussten dann bis so eine bestimmte Zeit halten. Wir wurden meistens aufgeregt. Also eine Art Todeskommando. Ja. Und als wir das aber einmal gemacht haben, da haben wir Glück gehabt. Auch der Engländer hat das nicht gemerkt oder wollten nicht angreifen. Wir sind auf jeden Fall bis so eine bestimmte Zeit heil zurückgekommen und wurden hinten von so einer Propagandakompanie mit einem schönen Film empfangen. Das wurde dann oft so auf eine große Wand projiziert von so einer italienischen Farbe. Oder eine französische war das. Und da sah ich dann Quacks de Wroculo. Ja, hab ich gesehen. Quacks de Wroculo. Mit dem Niedheimat der Sterne und über der Mauer flimmerte dann der wunderbare, nachtafrikanische Sterne war ja für uns immer etwas ganz besonders. Und wie bist du in Gefangenschaft gekommen? In der Nähe von Grumbalia mit den Engländern. Da waren ja unsere alten Freunde von der 8. Armee. Und das war so, alles zerbrach in der letzten Zeit. Da wurden Kampfgruppen gebildet, da wurde immer kleiner. Und wir waren dann mit einer kleinen Gruppe an so einem Bachlauf. Und ein Freund, der bei mir war, der Johnny Herald oder Harald Jobst, der sprach fließend Englisch. Der war als Kind mit seinem Vater hier nach Chicago, Illinois gekommen. Und die Mutter konnte das Klima nicht vertrauen. Die kam dann später zurück, sodass sein älterer Bruder hier blieb bei der amerikanischen Armee war. Und er war bei der deutschen Armee. Und er konnte natürlich fließend Amerikaner, ich kann es sagen, wenn er den Mund aufmachte. Da hat jeder Amerikaner direkt gerufen, Well, Frank. Aber ich hatte auch ein Ohr. Und da knackte es dann oben irgendwo auf der Höhe. Und da kamen dann die Engländer so eine Schützenlinie rüber. Und wir zwei, er und ich, wir sind dem dann entgegen gegangen. Und da war noch so ein Bachlauf zwischen. Wir hatten noch was in der Saale und wussten ja nicht, wer das war, wie die sich einstellten. Und da rief dann ein Engländer, Hello boys, what's finish up? Und ja, wir haben uns dann zusammengesetzt. Und wir hatten noch was Tee da rumgeschmogen. Und da haben sie noch was mitgetrunken. Da haben wir, zum Teil hatten wir noch Waffen, in einer Astro-Ladung und sowas. Da haben wir dann unterwegs vom LKW geschmissen. Und die englischen Soldaten haben sich noch dafür eingesetzt. Da war eine italienische Farm in Tunesien. Da haben wir ja auch noch Geld. Und wollten da ein paar Kanister Wein mit ins Gefangenenlade nehmen. Da haben die uns rausgeschmissen. Die waren vorher sehr stark. Natürlich hatten sie sowieso Deutschfreunde und hatten jetzt Angst, uns etwas zu geben. Und da haben die Engländer dann auch dafür gesorgt, dass die Italiener uns von ihrem Wein die Bezahlung abgaben. Da sind wir dann ins Gefangenenlade gekommen und kamen dann, ich war in Boone in Nordafrika, im Gefangenenlade, immer noch bei den Engländern. Dann kamen wir auf die Schiffe. Wie lange wart ihr da in den Englischen Gefangenenladen? Ich hab deinen Kollegen da, meine Gefangenenpapiere, eine Ablichtung davon. Oh, okay. Du kannst das alles genau nachlesen. Wenn ich in Oklahoma angekommen bin, im Kempton, Ja, das und dies kommt nicht zusammen. Ach so. Das ist eine andere Kategorie hier, das ist schriftlich. Ungefähr. Ja, ich glaube im September sind wir hier angekommen. Ja, und ihr seid da weggefahren werden? Wir waren etwa einen Monat unterwegs. Aha. Auf amerikanischen Schiffen? Ja, auf einem Liberty-Chef. Mhm. Und waren die Schiffe irgendwie? Nein, es gab keine Zweierlei. Die Kleinen waren 6000, dann war Liberty. Ja, Liberty-Chef. Und zurück bin ich mit einem Victory-Chef. Die hatten glaube ich über 10.000. Mhm. Und wenn, war das bloß ein Schiff oder waren da mehrere Schiffe? Nein, da waren wir richtig gekommen. Mit Ruh, Zerstrechen und allem Möglichen. Oh ja. Ja. Waren wir dann die Zeit unterwegs. Wir hatten dann nur kalte Verfliegung. Und ein Erlebnis, was mich sehr beeindruckt hat, war. Wir kamen dann irgendwann mal, wir sahen zu den Seevögeln und die Marineleute, die bei uns waren, sagten, jetzt kommt bald Land. Wir kamen dann in Chesapeake Bay an Virginia, oben in Norfolk. Ich möchte nochmal zurückgehen auf dem Schiff. Ja. Wie war die Behandlung und das Essen? Die Behandlung war korrekt. Wir waren ziemlich ausgehungert. Wir hatten ja nicht damit gerechnet, so viel gefangen oder weiß ich was zu kriegen. Das war ziemlich mal. Beim Engländer, da haben wir ein paar Kekse bekommen und da waren wir ganz lecker abgemahret. Und bekamen dann die Sea & Key Ration, die Amerikaner hatten. Nun gab es viele, die mochten das nach einer kurzen Zeit nicht mehr. Die konnten das nicht mehr essen. Aber ich hab einen Maren wie Basalt. Ich hab das. Du wirst zum Schluss gut essen können. Mit dem Wins und die Dinger hab ich halt dran. Bei dem Hunger. Nur, was knapp war, das war Wasser. Da haben wir zu wenig bekommen. Und das ist eine Tochtur, wenn du nun kochst das Wasser, in der Hitze unten, in dem Schiffsbauch hast. Also wir sind dann am Deck gekommen und sind korrekt waren. Und dann seid ihr in Amerika angekommen und dann was? Ja, wollte ich ja sagen. Für mich war beeindruckend, dass da ein Ding war, die Chesapeake Bay. Also mindestens so was wie der Bodensee, so ungefähr in der Größenordnung. Und die ganzen Heli, diese Schiffsbaueinrichtungen, die da waren. Da war der ganze Teil, in den wir reinkamen, da waren so und so viele Schiffe über Wasser hinein. Bis an die Lademarken voll, die Holländer sahen. Die Strecken voll mit Truppentransporter, Panzer und alles Mögliche. Da habe ich gedacht, verdammt nochmal, das ist ja nun der eine Hafen hier unten. Und dann haben die an der ganzen Küste noch mehr. Und alles arbeitete in drei Schichten. Bei einer Beleuchtung, bei uns war hier die Verdunklung. Und dann haben die noch die Pazifikküste. Und ich hab so immer ein bisschen Spaß an Geografie gehabt. Ich hab auch gedacht, der Anstreicher, der hat da nichts von gewusst. Mhm. Ne? Es... Da war bestimmt keine Ruhe. Und von da seid ihr wohin gekommen? Dann sind wir zuerst einmal geschickt ab und besucht worden. Und dann hat man uns in den Zug gesetzt. Und nach ein paar Tagen waren wir da, in Donkava, hier in Oklavuk. Oh, war das ein Frachtzug oder ein Personenzug? Ein Personenzug, ja. Die hatten die Fenster, die waren so... Wir konnten unten rausgucken, aber oben, habe ich in Erinnerung, waren Brette, sodass wir kein volles Fenster hatten. Ja. Und so unten sahen wir dann die Landschaft und die Leute, wenn wir schon mal... Waren wir auf dem Zug essen und trinken gut? Gut, ja. Ja. Nur, wo wir uns... Was dann das erste Erlebnis war, dieses Eiswasser. Mhm. Wir waren ja da aufgedrillt, nichts Heißes, nichts Kaltes, sowas Kaltes zu trinken. Und auf einmal war da Eiswasser, wo stand natürlich Posten bei und jeder musste sich melden, das ist ganz klar. Ja. Und das Eiswasser so, das war eins der ersten Eindrücke, was von einem ganz anderen Land waren, die eben da andere geflogen haben. Und jetzt warst du in Oklahoma und wie bist du denn zu diesem Lager gekommen? Wie haben wir hier nachgehört? Hierher? Nein, in Gruber bin ich nicht gewesen. Oh! Nein, ich war nicht in Camp Gruber, das bezieht sich hier auf Oklahoma, dieses Gespräch. Und das war Camp was? Das war Camp Tankla, wo dieser Mord dann passiert ist. Mord? Ja, der Mord, das wurde ja auch gestern gezeigt mit dem Kunze, hast du das? Das habe ich nicht. Hast du nicht bekommen? Wir sind aus diesem Lager gekommen, wenn hier in der Baracke lag, dieser Kunze, der dann den Amerikanern Mitteilungen gemacht hat. Und das ist auch das, was mich bewogen hat, hier das vielleicht mal festzuhalten. Der hat den Amerikanern Mitteilungen gemacht über Gespräche, die er in der Baracke hörte. Da war unter anderem, ja, war unter anderem, dass in Hamburg irgendetwas war, wo an der Alster was getan war. Ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung. Und auch andere Dinge, die erzählt wurden. Meinetwegen Marinesoldaten, die überflüssig waren oben am Atlantikwald um die Zeit. Die wurden dann irgendwo in der Lüne, wo ja Heide, an der Motorsportschule, sowas habe ich in Erinnerung, wurden die umgeschült und wurden dann zur Armee geschickt, weil wir ja in Russland Verluste hatten. Und das hatte der Erdbeerenzettel geschrieben und irgendwie ist der Zettel zurückgekommen. Und dann war abends mal Appell, manchmal stimmten die Zahlen nicht, wenn abgezählt wurde. Wir hatten ein Lazarett dabei und andere, die waren in der Küche bei den Amerikanern eingesetzt. Wo ist das Lager? Ich will Ihnen fragen, wo das ist. Tankowa? Ja. Uglauna. Wo ist das? Panker City. Oh, es ist Panker City. Ja. Fan, ob die heißt das Gäste, noch nicht zu sehen. Fan City. He wants to know whether you saw the Tango war camp yesterday and something about the Koppelkunst that was spying against them. Oh, I know the story. He is buried in El Reno in the German cemetery. Ja. Ich habe das in der Kompanie miterlebt, wie das passiert ist. Oh, I like the story. Ja. Er möchte das in Einzelheiten her. So Kunze, was war sein erster Name? Johannes Kunze. Johannes Kunze. Der hat gegen euch für die Amerikaner gespitzelt. Ja. Und dann was? Dann ist der Zettel irgendwo ins Lager reingekommen und dann wollte man, jetzt wusste man ja noch nicht, wer es geschrieben hat. Das wollte man, das sind alles Dinge, die ich gehört habe. Das, was ich gesehen habe, sage ich hier. Ja. Wo ich wirklich sage, hier bin ich jederzeit bereit, das zu behalten. So ist das gewesen. Ja, der Zettel kam dann rein, haben die gedacht, wir kriegen die Unterschrift raus. Und dann ist einer auf die Idee gekommen und hat gesagt, es sind verschiedene Briefe verloren, die konnten ja mit Heimat korrespondieren. Ja. Wenn jetzt jeder einen Brief schreibt, dann werden die in eine Bündel zusammengepackt, nach Portugal die floren. Und die Post kommt unbedingt an. Und so hat sich jeder hingesetzt und hat den Brief geschrieben. und hat gesagt, also, da kriegen die zu Hause Bescheid. Die haben die dann irgendwie kontrolliert und haben dann gesagt, das ist er. Der war bei meiner Kompanie, in meiner Baracke, der lag so drei Meter, vier Meter von mir, schreie ich ihn über. Er war nicht besonders beliebt, er ist tot und ist lange her. Da wollen wir nichts abverlässern, aber Freunde hatten wir nicht klar. Und dann haben die gesagt, ah, das ist der Kunze. Und dann hat man abends einem gesagt, das passierte oft, dass die Amerikaner sich verzählt hatten, oder irgendetwas nicht gestimmt hatte, oder es hatte sich einer nicht richtig abgemeldet. Und dann wurde so lange gezählt, bis ich kam, wie viele Leute am Lager. Und wie viele Leute waren da am Lager? 3.000. In jedem Cage waren 1.000 und jeden 1.000 hatten vier Kompanien, wo 250 waren. Und aus den 3.000 habt ihr den einen ausgefunden? Ja, ja, auf diese Art. Und das war, das ist alles von, wir hatten unseren demokratisch gewählten Kompaniechef, das konnten Obergefreiter sein, das war aber in dem Fall eine Feldwählung, das hat natürlich das Leben gekostet, oder natürlich nicht zu sehr. Ja, und wir sind dann in der Baracke drin, abends hat alles geschimpft, Antrieb in der Baracke, da saßen wir am Tisch und konnte man leicht erzählen, und es war auch abends, und es war schon kalt und dunkel, und waren alle zusammen. Und ich hatte schon gesehen, dass da irgendwas war, da standen so ein paar Hirten an der Türe, ne, um vielleicht mal zu packen, wenn ich noch abräumen wollte. Ja, und dann sagte dann der Kompaniechef, der Felsen Bibel, sagte der Kameraden, es ist ein Verräter unter uns, wir haben das und das festgestellt, und natürlich die Rufe, wer ist das und so weiter. Und das habe ich nun miterlebt, das hatte ich selber gesehen, der saß hinter mir am Tisch, das waren die Tische bei der amerikanischen Armee, war das wahrscheinlich überall so, so ähnlich wie bei uns in den Parktischen in Deutschland. ein Tisch und fest damit verbunden, so ein Sitzbrett auf beiden Seiten, und da wurde aber einmal so geräumt und gewispert, das ist der Kunze, und ich stellte mich um, wir hatten alle die Mäntel an, weil die Küchenbaracke nicht geheizt waren, war glaube ich November, da sitzt der da, also uns war es kalte Ding, in dem lief der dicke Schweiß an sich runter, und dann wurde der Name genannt, und da ging schon irgendjemand hin und packte den an den Kran voller Hut, das war die Zeit, wo die großen Bombenangriffe waren, auf der Hinfahrt weiß ich noch, dass irgendein amerikanischer Staff Sergeant, oder was das war, der zeigte meinem Freund, der ja in Amerika gewesen war, eine Zeitung, da waren dann die Umrisse von diesen verbrannten Stadtwirtungen in Hamburg, und der wohnte in Hamburg, war verheiratet und hatte zwei Kinder, und verriet dann von Hamburg etwas, eigentlich unverständlich, der Kunze, trotzdem seine Familie, da wohnte, so habe ich es noch in Erinnerung, ja, und dann war dann, verschiedene versuchten den zu schlagen, verschiedene haben geschlagen, oder wenn sie konnten, haben sie ihn getreten, und die Amerikaner hatten dann so eine Art, die so Mains bekam, oder so runde Dinge, da wurde porridge dann angemacht, Kornpfleger, und sowas, ne, wunderschön säuberlich, eine Pyramide gebaut, da waren dann welche, die an den Rand kommen, die versuchen dann, mit dem Ding zu schmeißen, schmissen die den anderen an den Korb, und einer, das war doch unser bester Fußballspieler, der traten in die Schaben rein, die acht Wochen lang nicht gespielt, das hat man dann auch in Erinnerung gehabt, weil unter den einzelnen Kompanien Fußball gespielt wurde, ja, und das waren ehemalige fremde Legionäre, Nein, was ist mit Kunze passiert? Ja, ich erzähle dir weiter, das war ein ehemaliger fremde Legionäre, und der muss da auch schon zu Schweinerei gemacht haben, dass er Kameran angeschissen hatte, und dann versuchte der wegzukommen, und sprang dann in der Küche über den Tresen, oder ging durch die Tür, und dann war da hinten ein Rumor, und danach die beiden, glaube ich, mit diesen Stangen, wo die im Ofen mit Rumstochern geschlagen, oder irgendeine Milzflasche, da müssen auch Haare geklebt haben, und dann war auch ein katholischer, ne, die Theologiestudent, die wurden ja nicht so als, als, äh, als Kombatant, wie er das hieß, eingesetzt, und, äh, der versuchte sich vor den zu stellen, wir waren Südtiroler, und, äh, da hab ich dem auch noch gesagt, ich sagte, ja, pass auf, äh, äh, damit die Dich auch noch irgendwie packen, nicht? Weißt du, wenn alles so in Aufregung war, aber eins möchte ich mal sagen, äh, man wird vielleicht sagen, äh, Nazi-Killer, oder weiß ich was, da sind ja grauenhafte Dinge passiert, wo so ein Einzelfall, vielleicht das Sandgarnschen am Meer ist, aber, Gerechtigkeit, und, Ungerechtigkeit, und so weiter, da wird ja ein uraltes Maß, aber nur noch immer bleiben, so meine ich das, und, äh, die haben eben drauf losgeschlagen, aber, da war keiner, der hat vielleicht gerufen, das Aß, oder weiß ich, wo die Flyer auch kaputt, aber, da waren keine Killer, die ihn so schlagen wollten, das war eben der Zorn von Leuten, die eingesperrt waren, ja, ich hab oft gesagt, in jeder Armee der Welt, ob es Amerikaner, oder, oder Franzosen, oder was es ist, die Dinge umgesetzt, auf die Gemeinschaft, wir hätten die reagiert, mit dem großen Fragezeitschirm, genauso, anders, und war es korrekt, oder nicht, der lange Rede kurzer Sinn, äh, der ist dann aus dieser Türe rausgetaumelt, und verschwand dann irgendwo, im Dunkeln, wir sind auf die Baracke gegangen, und da wurde dann darüber geredet, und nach einiger Zeit, ging die Sirene, die ganzen Scheinwaffe, gingen dann aufs Lager zu, und da dauerte es nicht lange, dann, hat man bei uns die Türe aufgemacht, und nachgefragt, das Bett von dem war leer, wo ist der, keiner wusste, wo er war, obwohl man wusste, wer, ist irgendwie zusammengeschlagen worden, und, äh, dann sind dann zunächst einige verhaftet worden, ich weiß nicht, 15, oder noch mehr. War er tot, oder? Ja, ach so, das wollte ich noch sagen, irgendeiner, das ist bis zum halben Tag nicht raus, und ich glaube auch nicht, dass es außer dem Täter, noch ein anderer gesehen hat, der ist an einer Hände gegangen, und hat ihn erschlagen, wahrscheinlich mit einem Stück Hachtholz, also mit einem Beil, glaube ich, nicht, der hat dann über den Schädel geschlagen, das wurde auch gestern noch, auf dem Bild gezeigt, das war sehr unter, ja, man konnte sehen, der hat eine ganz schwere Kopfverletzung, und, äh, der muss, glaube ich, auch tot gewesen sein, oder hat da nicht mehr lange gelebt. Äh, da sind auf jeden Fall einige verhaftet worden, und das wurden immer weniger, unsere Kompanie hat man aufgelöst, wir kamen dann... Was haben die mit den Verhafteten gemacht? Wieder losgelassen? Äh, die wurden dann untersucht, zunächst hat man uns wieder in diese Baracke rein gebracht, und, äh, da erinnere ich mich noch, äh, die pickten dann sich einzelne Leute raus und beleuchteten, die ob sie Blutspuren hatten, und ich wurde dann auch rausgeholt. Und das, die Amerikaner haben das? Die Amerikaner, ja, da waren dann auch Zivilisten dabei, ja, ich wusste, vom FBI, oder wo die eh gewesen sind, oder von der Kriminalpolizei, also Zivilen, und ich hatte, die Amerikaner hatten, Waschbretter aus Glas, und bei dem heißen Wasser, wenn wir da, denn, ich schrub das, da ging die Fingerkuppen immer ab, und das eiterte ja hier so schnell, da hatte ich den Eiter, die Fingerkuppen. Und ich war vorher, äh, immer ein paar Tage im, äh, im, äh, äh, im, äh, revier gewesen, also im Lazarett, und hatte da einen Kontakt, ich glaube, der war jüdischer Abstammung, mit einem Deutschen, der nach Amerika ausgewandert war, gekommen ist, aus dem Frankfurter Raum, musste er gewesen sein, ich kannte seinen Namen, wir hatten ja eine Uniform, und er stand da immer wieder bei, hab ich den auch angerufen, ich wüsste mich sagen, oder was er hat, ich sagte, komm doch mal, bitte her, und erklären hier den Kriminalbeamten, dass das nicht von heute Abend sein kann, dieser heilige Dinge. Ja, wurde ich dann in die Bank zurückgeschickt, und konnte mich dann wieder zurücksetzen. Ja, äh, die haben dann immer mehr aussortiert, und da sind fünf übergeblieben, die haben wir dann vorgestern hinten in Riefenwald, auf dem Friedhof, haben wir die Gräber besucht, die sind dann gehinkt worden. Die sind gehinkt worden? Die sind gehinkt worden. Weil amerikaner? Ja, amerikaner an, in 1900, als der Krieg vorbei war. Nein. Nach dem Krieg. Nach dem Krieg, ja. Nach dem Krieg, ja. Du wusstest das gar nicht. Nein. Schade, deshalb ist es vielleicht interessant, äh, die Unterlagen, die ich einem Freund da mitgegeben habe, da kannst du daraus erkennen, dass ich dann und dann noch dunkeler gekommen bin, und dann da weggekommen bin, damit der Zeitraum erkennbar ist, dass ich hier nicht irgendwie Quatsch erzähle. Oh nein, 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 wir wissen die Geschichte, er weiß, dass das passiert ist, aber er weiß nicht die Einzelleiten. Mhm. Ich bin der Einzige, der das erlebt hat, die anderen waren ja in keinem Gruber. Da sind die nachher aus Hosenbauer. Wo die die gehinkt haben, war das im Lager? Nein, in der, äh, in der, äh, in der Haftanstalt liefen wir, auch im Gefängnis. Das ist das große Militärgefängnis, glaube ich, das ist 100 Jahre alt. Mhm. Wir haben einen Treppe rausgebaut, einen Garten da oben rein gebaut, und dann haben die fünf gehinkt, und dann haben wir sieben U-Boot-Leute, die einen totgeschlagen haben. Mhm. Also in drei Etappen, wenn ich das in Erinnerung habe, äh, sind die da gehinkt worden, das wollte ich sagen. Äh. So, und dann, äh, warst du im, äh, in dem Lager, wie lange, bis morgen? Ich weiß es nicht mehr im Einzelnen, aber das steht alles in einem Entlassungspapier, und, äh, und, ja. Wir sind dann in Sommerleger reingekommen, wo wir Baumwolle gepflückt haben. Mhm. Im Morph. Die Behandlung war im Allgemeinen? War im Allgemeinen gut. Bis zum Kriegsende, und als dann diese, Buchenwald, und all diese schönen Geschichten da, nur noch rauskamen, da hat man uns Relationen runtergesetzt, und, äh, das möchte ich auch noch sagen, das war interessant, äh, da ist es uns dreckig gegangen, und es wurde erst besser, als die Amerikaner, die entlassenen Soldaten, als die in Gefangenschaft gewesen waren, äh, als Posten, als Guards bei uns einsetzten. Mhm. Und da weiß ich, dass viele gesagt haben, äh, was ihr jetzt da mit dem Deutschen macht, da waren, schluckert, für die kamen auf die Idee, uns kein Salz mehr ins Essen zu tun, und wenn du raus im Wald arbeiten musst, dann kriegst du dann noch ein paar Tage mehr, Entzündungen, und so weiter. Ja. Wir haben uns dann geholfen, und haben diese Salzsteine, von den Viehweinen, mitgenommen, und haben das klein gemacht, aber wurde dann nicht so schlimm, und erst als die kamen, die in Deutschland, äh, als Gefangene gewesen waren, die haben vieles positiv verändern. Mhm. Äh, wie viel Zeit brauchst du, fürs, äh, bankiert fertig zu werden? Ja. Zeit, ja? Ja, ja, es wird Zeit. Also, da machen wir es kurz, äh, du bist dann, äh, wann nach Hause geschickt worden, von hier? Ich bin von hier, äh, im Frühjahr 1946 nach Hause, äh, äh, ne, 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 nicht nach Hause gekommen, nach Europa, da kamen wir zunächst nach Berlin, würde er zu den Engländern nennen, die haben uns dann mal kräftig ausgehungert, und, äh, da sind auch viele Sachen, die wir uns hier, die bekamen ja Geld, und wir arbeiteten, 80 Cent pro Tag, unsere amerikanischen Wolldecken, und so, die haben die alle, äh, äh, geschnappt, und haben gesagt, da gingen die Nummer mit der Hand rüber, und sagten, ja, die werden jetzt gestapelt, die werden nach Deutschland geschickt, und ihnen geht es schlecht, also, wir bekamen da so, englische Pferde weg, die haben die verscheuert da, ja, und wir haben die da, schwarzen Mark verscheuert, und, äh, dann, äh, wann ging es nach Hause? Äh, von da bin ich nach England gekommen, und bin 1947 dann nach Hause gekommen, sag mal, am 31. Juli, oder 1. August 1947. Okay, na, vielen herzlichen Dank, das Interview ist, ist sehr interessant, und, äh, ich wollte vielleicht abschließend nur sagen, also, ich bin dankbar für die Zeit, wo ich hier war, ich hab einiges gelernt, ja, und viele Dinge, äh, so hart wie manches war, setz dich hin, das ist, ist die letzte Frage, warum, was hat dich hier dazu bewegt, hierher zu kommen, und, äh, wieder den Platz zu besuchen, oder die Plätze zu besuchen? äh, weil mir, äh, das Land gefallen hat, äh, ich hab oft zu Hause erzählt, äh, als ich in Oklahoma war, da ist es mir immer so vorgekommen, als wenn der Himmel da höher, und der Himmel weiter gewesen wäre, ne, so war der Eindruck von damals, ich bekomm das heute auch, äh, äh, wieder, äh, äh, ist, äh, ist ein wunderschönes Land, und ich hab's auch gelernt, die sogenannte, äh, American Way of Living, ja, ist wirklich etwas Schönes, etwas Erstrebenswertes, man sieht die Hänge Europas im Vergleich zu Amerika, es ist ein Land, was eine schwierige Aufgabe, durch die Werden Weltkriege, bekommen hat, und, äh, da kann man alles gut in Ordnung schüpfen. Und das hat dich wieder zurückgebracht? Ja, und auch, weil ich meiner Form mal, äh, zeigen wollte, wo ich in der Zeit war, und auch die Erinnerung, es gibt überall Gute und Schlechte, wir haben das beide Ohren und so gesehen, natürlich, auch genau, unfreiwilligerweise festgestellt, äh, ich, äh, mag Amerika. Aber das war sehr interessant, und war sehr schön, und nochmals vielen Dank. Gut. Das sind wir. Sehen wir uns heute Abend? Ja, ich, 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 ich habe nicht viel Zeit, mich fertig zu machen, auch. Ach so, äh, du fährst mit deinem Bahn. Ich weiß nicht, das, 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 das soll, äh, Jolie mal lassen. Ja. Okay, dankeschön. Ich bin jetzt geflogen. Ja. Ich bin jetzt hier. Nein, nein. Ja. 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 Ja, ja. 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 Vielen Dank.